Herzlich Willkommen zu Content-Force. Also das hier ist quasi unser Zimmer und hinten haben wir ein paar Betten, da können wir auch entspannt ein bisschen schlafen. Alle gucken, weil ich hüpfe aufm Bett rum. Also ich weiß nicht, ihr habt alle noch nicht Content-Force gezockt, habt ihr ein paar Videos darüber gesehen oder so? Nein, gar nicht. Ich habe nur so Clips gesehen auf TikTok. Kennst du TikTok? Das ist so eine Hochkant-Plattform. Also wir sind jetzt quasi die Content-Creator und wir haben unten eine Kamera und vier Taschenlampen und gehen in eine Horror-Höhle und müssen das filmen. Wir haben nur begrenzt Zeit auf dieser Kamera, also wirklich sehr wenig, wir müssen bewusst checken, was wir filmen. Am besten ist halt immer so Monster oder sowas, ne? Und dann musst du am Ende dein Video auswerten, dann gucken wir uns das zusammen an, dann kriegen wir quasi Views da drauf. Noch drei Tage für 3K-Aufrufe und den Rest findet ihr am besten selbst raus. Und es gibt immer einen, der quasi die Kamera führt. Kalle, können wir so ein Video drehen, wo du sagst, ey Leute, mein Kollege kann einfach Backflip und dann zeigen wir... Mein Kollege kann einfach Backflip. Хорошо. Gut, gut, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Kannst du bitte in die Kamera kommen? Ich versuche jetzt hier ein Video zu drehen. Ach wo? Warte. Kannst du bitte hinter mich stellen? Nicht vor mich! Hinter mich! Äh! Ey Leute, was geht ab? Wir sind jetzt live! Warte, warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! So, mit Jarak, mit Telly und mit Papfi, Digga. Okay, Leute, wir sind jetzt hier im Raumschiff. Wenn jetzt heftig rumfliegen und da fliegt ne Taschenlampe. Haben wir alles im Kasten. Jarak! Oh, hallo Jarak! Danke! Unser O2 geht schon weg. Also wir können jetzt einen Weg gehen. Rechts oder links? Patrick, du bist unser Guide. Let's go! Wir liegen Sachen auf dem Boden. Aber wir haben keine Waffen. Ich habe einen Rückgrat gefunden. Naja, das Rückgrat. Alles filmen immer. Oh, man geht nicht! Oder ist das? Egal, jetzt mach nicht den, Alter. Okay, aber was ist das jetzt für ein Ort? Da blinkt irgendwas. Guck mal, Kalle, ich hüpf auf ein Viereck. Äh, Kalle, dreh dich um! Da kommt was! Hilfe! Lass mich los! Ich häng hier von der Decke oder so? Ich bin einkokorniert. Hilfe! Hilfe! Ja, hier, Hilfe! Hilfe! Holt mich hier runter! Jetzt bin ich tot. Oh, Teddy! Ey, da ist ein Schneckenmensch. Hör mal auf. Komm, wir gehen. Wichtig ist, dass wir die... Kannst du mit dem Döde der Swarm? Wir müssen die Kamera mal finden. Nee. Da links... Meinst du, sie werden zurückfinden? Ich glaube, die wissen nicht mal, dass sie zurück müssen. Lass mal zurück in die Taffa-Glocke. Ja, 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 ja. Oha, sieh jetzt wirklich raus. Kalle, Kalle, 88 Meter. Würde mich belasten. Moin! Ist doch gut geslafen, Kalle. Ja, und du? Ja, doch. Ach, jetzt ist unsere Kamera kaputt gegangen, ne? Also, ich nehm das mal jetzt, ja. Wenn jemand stirbt mit der Kamera, müsst ihr immer die Kamera suchen. Oh, shit. Weil da ist footage drauf und damit kriegen wir Geld. Ich muss zuerst kacken. Mann, jetzt hör mal auf mit deinem scheiß Radio! Sorry, Kalle. Hier nimm's selber. Du weißt, wie geil das ist. Kalli! Kalli! Nein! Wo bin ich hier gelandet, Kalle? Wer hat denn jetzt die Kamera? Ich glaub, Teddy. Hi, Leute! Oh mein Gott, ich hab ne Kamera! Hey! Hey, was geht? Oh yeah! Leute, ich glaub im geistlichen in der Nähe meine Tastlampe blinkt! Was ist das? Was können wir filmen? Oh! Teddy, komm schnell mit der Kamera! Ich hab'n Schädel in der Hand. Oh, die Mikrowelle! Oh, guck mal, was da kommt! Da ist ein Mixer! Da ist ein Mixer! Oh, okay, da kommt wirklich was! Oh mein Gott! Oh, die Kameras! Die Kamera! Die hat... Was ist das denn? Wo ist unsere Kamera hin? Die Kamera holen wir nie wieder. Ja, wir müssen zurück, äh, runter, äh, hoch. Wir brauchen unsere andere Kamera wieder. Wie kommen wir denn da jetzt runter? Kommen wir runter? Ich glaub gar nicht. Okay, wollen wir dann wieder zurück? Weil wir brauchen dann ne Kamera ohne Kamera. Ohne... Gibt's keine Kneter, oder? Ich weiß nicht, ob wir da runterkommen irgendwie. Oh, scheiße. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Wo ist der Yarak? Warte, wir können gucken, ob er sich noch bewegt. Oh, ja, true. Ich glaub, er ist tot. Sicher? Ja, bewegt sich nicht mehr. Guck, wenn ich jetzt weglaufe, dann geht meine Metazahl hoch. Siehst du das? Ja, ja. Ja, weißt du, was wir jetzt machen? Ich glaub, wir haben alle richtig viel Spaß, oder? Also, ich bin nämlich jetzt um. Ich will mit ihm kein Yarak-Team mehr sein. Ey, was soll denn das jetzt? Ja, Teddy wurde von einem Handmixer umgerangst. Alter, und ihr habt einfach zugesehen, ihr nutzlosen. Das sah richtig geil aus. Ich hab gekämpft. Wir hätten die Kamera haben müssen in dem Moment. Wir brauchen noch Waffen. Da kommt was. Da läuft was. Da krabbelt was. Da kommt was. Ja, und jetzt renn weg mit der Kamera. Renn weg. Ihr müsst das filmen, ne? Oh, mein Gott, Leute. Geh mal weg jetzt. Ich kann nicht filmen, wenn du vor mich stehst, Mann. Film doch mal. Oh, mein Gott. Da vor dir. Rechts, 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 rechts. Der Kamera, komm mal an. Die Kamera weg. Oh, shit. Geil. Das ist der Wahnsinn. Oh, guck mal. Er wird schon wieder gejagt. Oh, shit. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Kalle? Hilfe. Oh, mein Gott. Was passiert hier? What the fuck? Was ist das? Was soll das denn? Ja, vielen Dank fürs Spielen. Was ist das? Ja, jetzt müssen wir von vorne anfangen. Bruder, wie sieht's hier aus? Oh, da kommt schon was runter. Film, Film. Achtung. Wir werden gejagt. Hier ist was. Hier ist was. Hier ist was. War was? War was? Ah, wir müssen die anleuchten. Das bin ich, du Schmutzmensch. Ich fahr einfach nach Hause. So. Wer hat jetzt die Macht? Schmutzmensch. Das ist wirklich scheiß knapp. Das ist Kalle. Kalle, nein, nein, nein. Mach auf, mach auf, mach auf. Kalle, mach auf, wirklich. Wir haben keinen Sauerstoff mehr. Wir sterben. Kalle, wir haben gestern. Ich wollte euch sterben lassen, ihr Arschlöchter. Ihr habt mich stehen lassen. Ja, ich war die ganze Zeit hier. Ich hab mich einfach hier sitzen lassen. Ja, mir ist halt reingekommen. Ja, ihr habt mich einfach sitzen lassen. Also, wir sind ja alle vorgelaufen. Du warst auf einmal einfach weg. Junge, ich wurde einfach aufs Bodenloseste wegbeleidigt. Ja, Leute, es war ein ganz krasser Erlebnis für uns alle. Das war der Wahnsinn. Schalte bald wieder ein, Mensch. Wieder heiße. Lass uns ein Like, ein Kommentar da. Ja. Ich hab die CD. Ich hab die CD. Ja, dann lass mal ein Video gucken. Jo, Leute, das ist Jackass oder so. Oh, scheiße. Wow, das war cool. Das war der Wahnsinn. Schalte bald wieder ein. Der absolute Wahnsinn. Also, das ist jetzt erst, wir haben noch drei Tage, dann müssen wir das Ziel erreichen. Ja, 900 Klicks waren wir noch. Sehr schön. Jetzt musst du die lernen. Und jetzt kannst du emoten. Oh, shit. Nimm mal die Kamera. Okay, you crazy. Und diesen Körper-Klaus-Move haben wir jetzt gegen eine Granate eingetauscht. Ey, Leute, mein Kollege kann einfach wegwinden. Komm, mach. Ja. Das war's. Wie Spaß beim nächsten Mal. Du Wichser. Hast du mich grad Wichser genannt? Nein. Jetzt geht's los. Oh, shit. Ich lebe noch. Alles gut. Es ist nichts passiert. Nur noch 19% Akku. Hier um die Ecke. Oh, shit. Okay, ab nach Hause. Reicht noch. Wirf die Kamera, Kalle. Wirf die Kamera. Film mich. Film mich. Ich film dich. Ich mach'n Backflip. Ich mach'n Backflip. Ja. Ich lebe noch. Nein. Er bin schon wieder am Haken. Ah, du warst tot? Ich war'n tot. Ja, ja. Ich hab' die Disc. Okay, let's go. Ey Leute, mein Kollege kommt einfach Backflip. Komm, mach. Ja. Schuuu. Du Wichser. Jetzt geht's los. Schuuu. Schuuu. Oh, shit. hallo und herzlich willkommen zu neuen ausgaben von großemastisch so sieht es aus wenn kalle nach eine woche kein geschlechtsverkehr hat ja dann ab ins boot das ist ein feuer los geht es willkommen zu neuen ausgabe von großemastisch 97 dollar für 600 klicks das ist ja ein traum das war alles sehr lustig ja cool hey leute danke dass ihr mitgemacht habe ich mache jetzt mal ein wegflip und dann gibt es die endcard so tschau